Servus Leute, Hanse Gaming hier und heute gibt es mal kein Gameplay Commentary, sondern heute wollte ich mich einfach mal bei 100 Abonnenten bedanken. Ja, 100 Abonnenten, ja mich freut es auf jeden Fall, dass ich diese Zahl an Abonnenten nochmal jemals erreichen durfte. Und als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich eigentlich auch nie mir irgendwie sowas erwartet. Also 100 Abonnenten war für mich schon die Welt und ich freue mich auch immer noch über diese 100 Abonnenten. Und das motiviert mich einfach richtig, weiterhin Videos zu bringen. Und ja, ich habe wieder richtig neue Motivationen am Kommentieren und YouTube gefunden. Und ja, bei 100 Abonnenten, da werden natürlich viele von euch jetzt auch schon an Special denken. Und ich bin es eigentlich mit 100 Abonnenten noch gar nicht so richtig gewöhnt, irgendwelche Specials rauszuhauen. Und deswegen würde ich euch einfach mal gerne fragen, was würdet ihr denn gerne als Special sehen? Also soll ich hier irgendwie, keine Ahnung, was soll ich irgendwie ein Setup-Video machen, wo ihr so seht, wo ich eigentlich so zocke? Soll ich irgendwie ein witziges Live-Kommentary machen mit irgendwelchen Leuten, Zombie-Kommentary oder irgend sowas? Ihr könnt es mir einfach mal in die Kommentare schreiben, denn da dürft ihr euch jetzt wirklich was aussuchen. Ihr dürft alles schreiben, außer, dass ich jetzt irgendwie hier Striptease vor der Kamera mache oder so. Aber ja, denkt euch auf jeden Fall ein lustiges Special aus. Und wenn das realisierbar ist, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und das Minecraft Let's Show, das wird jetzt auch die nächsten Tage hochgeladen. Also stay tuned und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Servus. 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 Vielen Dank.